Haben Sie es nicht auch seit die ganze Zeit Doodle Jump zu spielen? Dann haben wir jetzt ein neues Spiel für Sie. Pimgo Jump! Das ist richtig, das neue Pimgo Jump ist da. Ja, Pimgo Jump mit vielen neuen Features, wie zum Beispiel Springen oder Abstürzen und um dem Spiel ganz klar noch etwas zu erhöhen, sogar das Einbrechen. Und mit nur einer Plattform wird es nie zu kompliziert für vermatschtes Gehirn. Jetzt bestellen das neue Pimgo Spiel.